Die Verbindungsqualität ist in Ordnung und es funktioniert sehr einfach und schnell, aber ist das wirklich das Hauptargument, das man bei Kopfhörern setzen sollte? Ich glaube nicht. Hi zusammen, heute geht es um die In-Ear Bluetooth Kopfhörer von Tautronics, und zwar die Sound Liberty 92. Und solltet ihr Interesse daran haben, diese Kopfhörer zu kaufen, rate ich euch wärmstens, das Thema Tonqualität anzuschauen, beziehungsweise mein Fazit, denn das wird euch die Kaufentscheidung höchstwahrscheinlich abnehmen. Viel Spaß beim Video. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Ich habe die Kopfhörer von Tautronics zugeschickt bekommen zum Testen. Wie ihr aber im Test wahrscheinlich feststellen werdet, bleibt meiner Meinung deswegen trotzdem unbeeinflusst. Die Kopfhörer sind für etwa 40 Euro UVP erhältlich auf der Herstellerseite. Bei Amazon habe ich sie leider nicht finden können. Außerdem gibt der Hersteller eine Akkulaufzeit von 5 Stunden an, wenn man sie einmal aus dem Case rausnimmt und mit Case 5 Stunden. Das habe ich jedoch nicht komplett zu Ende getestet. Ihr fahrt dann, wieso. Außerdem haben sie einen USB-C-Anschluss, denn wenn sie keinen hätten, hätte ich sie nicht getestet. Ich meine, wer verwendet 2022 noch Geräte mit anderen Anschlüssen als USB-C? Ähm, Apple. Wir haben Touchgesten für lauter, leiser, trackforward, backward und pause, die teilweise funktionieren, teilweise auch nicht bzw. nicht zuverlässig. Nach der Herstellerseite sind sie auch nach IPX7 zertifiziert, was bedeuten sollte, dass sie gegen zeitweiliges Untertauchen im Wasser geschützt sind. Auf genauere Nachfrage beim Hersteller, ob man damit auch schwimmen kann, wurde mir aber davon abgeraten, sie überhaupt ins Wasser zu tauchen. Denkt euch dementsprechend selbst, was man von der Zertifizierung halten kann. Und im Großen und Ganzen ist die Verarbeitung der Buds schon okay. Man kann sie auch, ja, in Ordnung tragen. Ich persönlich mag das in ihr Design zum Reinstecken lieber, als dieses, ich sag mal, AirPods-Design. Und es Caten sich jetzt auch okay verarbeitet, allerdings finde ich, dass es sich viel zu leicht öffnen lässt und auch ein bisschen wackelig ist, wenn man es mit dem Finger aufmacht. Also, hier dieses hier, das ist ein bisschen wackelig. Hat mir nicht so gut gefallen. Sonstige Features wie Noise-Canceling oder ein Transparency-Mode finden wir hier beides nicht. Hier ist es allerdings so, bei einem anderen Paar Kopfhörer, die ich letztens getestet habe, war es so, dass sie von der Umgebung zu sehr abgeschirmt haben. Und hier ist das genaue Gegenteil. Man hört quasi draußen noch alles von der Umgebung. Das ist zum draußen rumlaufen ganz okay, aber tut der Soundqualität natürlich nichts. Gutes beisteuern. Thema Verbindung. Das ist die Stärke der Kopfhörer. Generell, sobald man das Case auch nur ganz leicht anlupft, verbinden sie sich mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Das ist sehr, sehr schön, weil beim Herausnehmen sind sie schon verbunden. Und auch wenn ich jetzt noch zwei Räume weitergehe in meiner Wohnung, also zwei Räume in meiner Wohnung, dann bleibt die Verbindung stabil. Das habe ich nicht bei allen Kopfhörern, die ich in meiner Wohnung bisher getestet habe. Also das, Verbindungsqualität geht vollkommen klar. Das klingt doch eigentlich so weit, so gut, oder? Naja, schauen wir mal zur Tonqualität. Da ich nicht voreingenommen sein wollte, habe ich die Kopfhörer, nachdem ich sie schon mal getestet hatte, meiner Freundin in die Hand gedrückt und sie gefragt, was sie denn von diesen Kopfhörern hält. Das Ganze lief dann ungefähr so ab. Sie hat sie in die Ohren gesteckt und gesagt, jo, Passform ist doch schon mal so weit in Ordnung. Also stören nicht weiter. Dann macht sie an auf dem Handy. Radioactive. Und man kennt es vielleicht, nach so ungefähr 30 Sekunden kommt so ein Beatdrop und kurz darauf schaut sie mich so an und sagt so, die sind ja mal richtig crappy. Lasst das mal auf euch wirken. Ich habe die Kopfhörer natürlich ebenfalls einige Stunden getestet, jedoch nicht mal lang genug, um sie überhaupt komplett leer zu bekommen und habe mir da schon eine starke Meinung zu bilden können. Die Kopfhörer funktionieren. Punkt. Der Bass ist sehr schwach, beziehungsweise viele Frequenzen vom Bass fehlen meiner Einschätzung nach komplett. Die Höhen sind auch nicht vollständig vorhanden und der Mitteltombereich, der prinzipiell wiedergegeben kann, der prallt auch nicht vor Brillanz und Klarheit. Das heißt, man kann schon mit denen telefonieren, man kann schon YouTube-Videos anschauen, aber richtig gut ist es nicht. Ich persönlich hatte schon mal ein vergleichbares Modell, und zwar so 5 Euro Kopfhörer, kabelgebunden, die ich mir mal vor so 10 Jahren im Urlaub gekauft hatte, weil ich meine eigenen vergessen hatte. Und ich glaube, dieser Vergleich, den kann man so stehen lassen, der sagt schon so einiges aus. Fazit. Wenn ihr ernsthafter Versuche nach kabellosen Bluetooth-Kopfhörern seid, rate ich euch, sofern ihr das nicht schon angeschaut habt, nochmal beim Thema Tonqualität vorbeizuschauen. Das wird euch bei eurer Kaufentscheidung definitiv helfen. Ich denke, für einen Preis von 10 Euro könnte man darüber nachdenken. Für 20 Euro habe ich schon ziemlich gute In-Ear-Bluetooth-Wireless-Kopfhörer getestet, aber für 40 Euro kann ich sie einfach niemandem so wirklich empfehlen. Natürlich, die Verbindungsqualität ist in Ordnung und es funktioniert sehr einfach und schnell, aber ist das wirklich das Hauptargument, das man bei Kopfhörern setzen sollte? Ich glaube nicht. Wenn ich auch so von anderen YouTubern Videos schaue, dann sehe ich immer, dass die Kopfhörer für über 100 Euro testen und lasst euch gesagt sein, für gute Kopfhörer muss man keine 100 Euro und mehr ausgeben. Wie gesagt, es gibt schon für 20, 30 Euro ziemlich gute Kopfhörer, vielleicht keine High-End-Kopfhörer mit Noise-Canshling und Schnickschnack, aber es liegt in diesem Fall auf jeden Fall nicht am Preis von 40 Euro, dass sie zu billig sind. Ich glaube, ich konnte meinen Standpunkt trotz Kooperation ziemlich gut klar machen und wenn das Video hilfreich für euch war, dann lasst mir gerne einen Kommentar und oder ein Like da und ansonsten freue ich mich, wenn ihr meine nächsten Videos weiter schaut und auch gerne mal euch in den Kommentaren bei mir meldet. Bis zum nächsten Video. Ciao.